herz und mein schwert für dem marcia was war denn was meinte der jetzt mit conqueror entschlossenheit oder ja genau also wenn du auto attacks machst dann erhöht sich deine texte sind diese fertigen ruhen eigentlich gut oder sollte man die lieber nicht verwenden ja ich würde eigene verwenden hier schau mal ich schicke auf das kopf privat kurz im link ist eigentlich ziemlich guter geist es ist gar im jungle sowas für ruhen du benutzen muss seine bilder hier steffens bitch wo sehe ich das jetzt ich sehe es irgendwie nicht oben links ja jetzt habe ich es Oh, die haben Wayne gebrannt. Scheiße. Egal. Nur schon Regeln. Ne, warte mal. Entschlossenheit. Hä, habe ich einen Fehler gemacht? Warte mal. Fuck. Schon wieder verklickt. Warte mal, Entschlossenheit. Warum sieht das hier anders aus? Ach, das ist Präzision. Genau, du musst auf Präzision und dann Eroberer. Okay. Präzision, dann nach... Ah, Eroberer. Okay, jetzt hab ich los. Was ist die zweite? Was meinst du? Ähm, hier ist ja nur Eroberer, äh, Conqueror. Dings. Genau, das zweite ist Triumph. Wo steht denn das? Ich sehe das irgendwie nicht. Ähm, wenn du auf deine Runen gehst, also da wo du Eroberer ausgewählt hast, eins darunter. Das Triumph. Achso, ja, ne, aber rechts, das zweite, was nehme ich da? Achso, äh, das ist Inspiration. Das ist das ganz rechts. Inspiration, und hier? Genau, dann deine Schuhe. Das hier magisches Schuhwerk. Genau. Dann das, was aussieht wie so eine Sternschnuppe. Das hier Anziehungskraft. Ja. Und dann? Angriff. Zweimal adaptive Kraft. Und dann? Verteidigung. Und einmal Leben. Genau. Speicher schnell. Ja, ja, hab ich. Ganz knapp. Ganz knapp. Aber macht Spaß mit dir zu spielen. Ja, cool. Man hat gute Unterhaltung und das macht echt Spaß. Ja, ist lustig. Du spielst aber auch echt gut, das finde ich gut. Weil oft muss man dann selbst carryn und sonst fackt dann ab. Ja. Ne, deswegen hab ich ganz am Anfang auch geschrieben, dass ich nicht troll. Weil ich will selber ein bisschen climben und mir geht das einfach auf den Sack. Und wenn du halt nur spielst, dann sind halt zwei Lanes abgedeckt, die eventuell reißen können. Ja. Ja, ich spiel ja nicht mal Main. Ich spiel ja jetzt einfach nur so ein bisschen ausprobieren. Ja, aber dafür geht's doch. Jo. Jetzt mal hier, Cooldown, acht Sekunden, neun Sekunden, neun Sekunden. Oh. Ich kann eigentlich Red starten. Was war das denn? Meine E-Shisha. Achso. Muss mir abgewöhnen, so viel zu brauchen. Ich habe auch so ein Ding sogar geschenkt bekommen aus dem Internet. Habe ich aber nie benutzt. Ich nutze das, um am Auto so undichte Stellen zu finden. Man kann das mit einer Pumpe die E-Shisha da so reinpumpen lassen. Also E-Zigarette. Und dann siehst du, wo die undichte Stelle ist, dann kommt der Rauch raus. Ist schon cool. Vor allem, ich habe die komplett umsonst bekommen, inklusive Versand. Auch nicht schlecht. In Amerika haben die doch irgend so eine Krankheit gefunden, die damit zusammenhängt. Angeblich. Wie Smurf. Für Invade ist Garen richtig nice. Nein. Oh fuck. Oh, ich hasse es, wenn ich Minions so richtig dumm misse, alter. Mhm. Ja, Farming auf... Oh. Die hat Wart. Fuck. Ich hoffe, die hat mich nicht gesehen. Ich will selber immer dafür eine Schelle geben. Ich finde Farmen auch so anstrengender als ADC. Oh, nice. Guck mal, die ist ganz low. Drei, zwei, eins. Okay, ich gehe rein. Ich gehe rein, ich gehe rein, ich gehe rein. Ich habe den Red, aber die V nicht. Scheiße. Oh, nice. Oh, nice. Take a bit of shit for me. Umelia zu können, war auf sie. Oh, du wirst. Alex. Emelie vor sich in ihnen liegen. mit garen zu ganken ist aber auch ein komisch voll aggro zu rennen auch gut oder was dann macht es richtig spaß ja wenn er jetzt noch ein hock bei es wird das hat kein flash mehr gar nichts naja da hat ja seine e und da hat kein mann mehr mit der e kann er sogar sehen den hook kontern aber nur bis zum ersten das meinst du fertig? ja genau kann drake machen kein mana brauchst du nicht für drake scheiße ich brauche level 6 alter mach ich erstmal krabbel hier fahr mal einfach weiter komm nachher noch auf die bot und dann ja jetzt ist scheiße wenn die da sind ich brauche level 6 auch ok ihr seid weg jetzt würde ich invaden wenn ich level 6 habe komme ich brauche garen ist so cool zu junglen einfach die ganze zeit nur farm ich habe nicht mal ein item bin nur noch von hp hey you were the lee or what ich kann mir keine schuhe holen hey guck mal in meinem stream was ist das denn ich kann mir keine schuhe holen das ist weil du die meisterschaft ausgewählt hast die kannst du erst ab minuten 10 holen ach so da sparst du dir quasi geld hey was macht die jetzt genau was die meisterschaft die spart dir quasi 300 gold also die kauft die schuhe quasi automatisch aber du kannst deine schuhe erst ab minuten 10 ausbauen also habe ich die schuhe umsonst oder wie genau cool kann ich die dann direkt ausbauen oder muss ich diese einfachen holen ne ne du kannst direkt ausbauen geil ich glaube ich gehe jetzt einfach drake ja mach bei ist top ah nice ah der kriegt dann auch noch so ein bastard jam alter ohne witz Achtung Achtung könnte sein dass die kommen die kommen die kommen ey Junge was macht der für ein damage komm wieder komm wieder Ari ist da ich smite jetzt direkt weil ich brauch hp ok ok ich hab ult nice nice ich wollte hier ulten ich kann aber manchmal auch übelst sehr anstrengende mate sein warum weil ich voll oft so so also so energische calls geh ok also ich sag nicht ja rein jetzt sondern rein 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 hahaha ja ist ja normal oder ja viele nervt's halt vertraut auf euch selbst ich denke schon mir gleich den Harry aber mit den fuck was macht denn der hier 14 auf was aber echt cool ich wusste es nicht mit den Schuhen Weiß in deinem Jungle Ok, dann geh ich mal auch rein Das dauert noch 30 Sekunden Autik kommt auch Ja, die ist hier Schlecht die ist Hä, ist die tot? Ja, oder? Oder ist die abgezogen? Ne, sie ist nicht rein Ach komm, Alter Das kann doch nicht sein, Mann Na, scheiß drauf Das ist nicht drin, Mann Das ist nicht drin, Mann Das ist nicht drin, Mann Die Arme Midlane Alter, nice Hey, der Blitz ist gut Okay, ich hole mir Harry Ah, jetzt sehe ich die Schuhe Das ist Garen-Jungle Sehen die Garen als Troy-Pick oder was? Okay, ich habe die Sensory-Buff fertig Oha, Top-Land ist komplett durchgepusht Der Heimer ist 6-1 Boah, aber nach dem Game bin ich raus, man Ich bin langsam echt müde Ja Bist du morgen on? Ja, safe Okay, ich weiß halt noch nicht Ob ich abends feiern gehe oder so Aber falls nicht bin ich auf jeden Fall on Ähm 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 Ja, die haben aufgegeben Das war jetzt ein schnelles Game Voll unter 1 Wie lange ging das Game jetzt? Ja, können noch eins ja Ähm 20 Minuten Heimer Damage, Alter 15 15 Minuten? Ja Ja Oha Ja, können wir nochmal eins kriegen Ja, können wir nochmal eins kriegen Das war ja Lächeln Die Jä banks Dich 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 Untertitelung des ZDF, 2020